Das Laveni Fiberglas Gel Rosé bietet gleich zwei Funktionen in einem Gel. Es ist als Grundier- und als Aufbaugel verwendbar. Auch dünn modellierte Nägel gelingen durch die transparenten Fiberglaspartikel stabil und bruchsicher. Nach dem Aushärten sind die Fiberglaspartikel nicht mehr sichtbar. Die standfeste Konsistenz erlaubt einen professionellen Modellageauftrag, ohne dass das Gel in den Nagelrand läuft. Das Fiberglas Gel Rosé ist zudem bestens zum Pinschen geeignet. Die zarte Rosé-Einfärbung des Gels verschafft der Modellage einen natürlichen Look. Unebenheiten lassen sich optisch zuverlässig kaschieren. Das Laveni Fiberglas Gel Rosé sorgt trotz dünnem Auftrag für natürliche Nägel mit optimaler Festigkeit und Stabilität. Laveni – die neue Gel-Serie für perfekte Ergebnisse auch in schwierigen Situationen. Pretty Nail Shop – jedes Mal ein Päckchen Glück.